hallo leute und willkommen zum nächsten part ender games wieder mit dem torben und ja guckt euch das mal an es sind so viele premiums hier drin aber wir haben es trotzdem wir werden ja jetzt youtuber deswegen ja das war so cool dass ihr das jetzt schon erst in die kommentare schreiben ich freue mich vielen dank an humarker diesen aufmunteren unter den kommentaren das ist natürlich auch unser ziel ich glaube er hat einfach nur gelogen nein wird das vielleicht haben wir es ja jetzt schon geschafft wer weiß ja die folge ich weiß gar nicht ich glaube die kommt ende januar oder so weil ich lade ja jede drei tage ja 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 dass wir das so findet dass das jetzt jede drei tage kommt ob das so okay ist das soll seit man jetzt so ein bisschen schneller abonnenten ja wenn er auch ja wir haben die 40.000 aufrufe doch oder sicher wenn dann können wir uns auch richtig ja dann mach das wenn andere gönnen wir unsere youtuber tobi wenn schon denn schon weißt du doch wenn man hier schon irgendwie zusätzlich bekommt dann ob du komplett youtuber richtig außerdem wir das hat ja wohl keiner mehr verdient als wir aber wir machen doch schon voll lang ja aber nie so regelmäßig das ist absolut richtig wäre das so krass schon eher gewesen jetzt mit den abonnenten dann hätten wir bestimmt er schon regelmäßiger ich würde jetzt auch mal gerne killen weil ich bin techniker und ein techniker ohne kills ist ein spieler ohne kit habe ich schön gesagt oder das hast du echt voll geil gesagt ich bin stolz auf dich ich bin im nachhinein jetzt auch schon ziemlich aus stolz auf mich richtig wissen wir sind da in die scheiß pyramide gekommen ich musste doch killen nachher ist einfach von oben reingesprungen interessant sorry kumpel auch wenn du ein techniker was aber ich musste dich leider trotzdem töten trotzdem komme ich dann nicht rein ja tricky tricky alter tobi ich bin einfach richtig schlecht equipped echt jetzt ich komme nicht wenn wir aus dieser scheiß pyramide raus na gut das ist in der tat aber ich bin ich jetzt bin ich draußen ich habe mich durch ich habe mich durch den sandstein gewälzt hast du mal zwei holz für mich bitte dann muss ich auch nicht dran warum hat du es doch tut sich schützt er ja wollte ja ich kann mir selbst dann mal keine von sich mit erledigen ab es amor ich bin ihn wir hatten wir geshen er wird er sicherlich ist nicht aus versehen paula sie steut sollte bis er ein kleiner ich habe so schön noch nicht gegeben ich dachte ich kriege ein geben gemäß ein bisschen discipline und angeblich weil ich bin sonst echt am arsch Ja mach mal kurz Abstand So, ok Ja, ich hab das was ich wollte Da ist einer, da ist einer oben, oben links Da? Nein, ja doch, doch Ton, wo? Da, da wo in die Richtung Oh fuck, dann war das sogar nicht Doch ich wurde ja getauscht Ah ja, da ist er, da ist er, hab ihn Mein Kill Mein Kill Ja, und der ist ein Kängur, da teilst du kriegen den nicht Hol dir jemand anders, Tobi, das ist ein Easy Kill für mich als Techniker Nicht care Komm schon, komm schon Nein Wurde getauscht Ja, ich hab ihn, ich war gerade in Reichweite Boah, das ist ein Witz Warte mal, wer einen Kill gemacht hat dadurch Ja, ich weiß, das hab ich ja gelesen Deswegen war's der ein Witz So, jetzt den Oh, Kängurus, was die Okay, jetzt bist du nicht mehr so geil, ne? Scheiß, Kängurus Ja, ja, von mir Nachdem ich alle Leute für dich gekillt hab Naja, ich hätte sie auch allein hingekriegt Außer vielleicht den ersten Lol, hi Mann, da verschwende ich schon so ne scheiß Ender-Peddle, weil ich denk, der ist an einem Hand und dann achte ich nicht auf den behinderten Lachen Leute, das ist kein Team, das ist nur aus dem Weg gehen mit Team verbunden Oh, Torben, guck mal, hier liegen rein zufällig 19 Eisen Da liegen rein zufällig 19 Eisen Guck mal was jetzt passiert Meine Güte Nein Sprechung Moment Dann kriegt er von eigenem TNT Ja ich hab dir noch ein bisschen TNT hingesetzt Dankeschön Tobi für das Eisen Hä was? Ich hab dir doch kein Eisen gegeben Ich meine danke Minecraft Gott für das Eisen Hast du einen Äpfel für mich? Ähm tatsächlich nicht Aber ich hab einen Seppling für dich Vielleicht willst du damit eine Baumplantage machen Nein Stop that Hilfe Wir müssen Da ist einer Ja ich hol mir den Ich hol mir den Lass mir den Ja das ist jetzt ein Wettstreit Tobi Das ist jetzt ein Wettstreit Wer kriegt den? Äh wenn Jetzt hab ich ihn aus den Augen verloren Und ich track leider dich Das ist doof Hast du eine Milch? Was? Mann Hast du eine Milch? Ne hab ich nicht Probe das den letzten bitte mir Oh fuck da ist er ja Nein jetzt wird ihr getauscht Äh ich bin verwirrt Hä? Äh Tobi Verwirrung des Todes bitte Hab ihn Hab ihn Hab ihn Mann Alter Leute Ich war gerade auch übelst verwirrt Wir wurden alle untereinander irgendwie weggetauscht Warum hast du den bekommen? Ich hätte volle Tierrüstung gehabt Ja das ist ja nicht mehr gewesen Ich hab ein dickes Problem So ähm Keine Ahnung wollen wir Ja Moment Gib mal eine Chance Ja okay ich lass dir gerne eine Chance Weil sonst Hab ich äh Im Kampf keine Chance Weil ich gerade gemerkt habe Ja ich Was das Problem am Techniker ist Was ich schon ganz vergessen habe Nach der langen Zeit Ohne Techniker So okay Hast du nochmal drei Eisen Dass mein Helm nicht kaputt Ach du bist so ein Wichser Du bist so ein Wichser Na was denn? Alter ich hab keine Schnitte Ich hab nicht mal Dias Schwert Ja okay warte Äh wollen wir Nein Wo wollen wir Ja es kann losgehen Okay Okay Regeneration Mann Alter jetzt renn nicht Renn nicht weg Sag dich Junge Du hast mir Na scheiß Ender-Pälle Geportet Ich hab noch 15 weitere Das ist Cheaten Das sind fucking Hacks Äh Ach Jetzt renn ich weg Ich bin Torben Ich renn weg Vielleicht kriege ich meinen Buff Weil der Torben gleich unter 50% geht Weil er keine Milch hat Das ist ein Tunnel Oh er wusste ja dass ich hinter ihm bin Oh nein Hilfe Es gilt so etwas wie einen Träger Du bist mein Kill Oh Hi Nein Es ist die Ender-Pälle Die Ender-Pälle Boah das ist so scheiße Echt Ich hab keinen Kill gemacht Deswegen hat mir das Ticket einfach nichts gebracht Und am Ende natürlich keine Chance Okay Leute Dann würde ich sagen Ich bin ein scheiß Pussy-Kid Und diesen behinderten Vergiftungstrank Das war richtig Pussy Tobi Hä du Ach ne du hast mich Das war der andere Das tut mir leid Torben Ich dachte du hättest mir auch einen vor den Kopf geworfen Okay Leute Dann würde ich sagen Mit dieser schönen Folge Kurz vor Weihnachten Für mich und Torben Äh Verabschieden wir uns erstmal Und äh Wenn euch das gefallen hat Und ihr weitere Folgen sehen wollt Dann Liked es doch bitte Und äh Vergesst nicht zu abonnieren Weil wir aber geil sind Tschüss Sag tschüss Torben Tschüss